Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir werden heute wieder einen neuen Badwars-Versuch starten. Und das wird natürlich nicht eine normale Runde Badwars, sondern wir werden das alles ein bisschen mehr aufpeppen. Nämlich dürfen wir nur mit Feuerwellen kämpfen. Das heißt diesmal keine Tricks wie zum Beispiel Bogen oder irgendwelche Stickys, keine Schwerter, nur mit Feuerwellen. Und ich würde sagen, ja, wie oft wollen wir das versuchen? Dreimal maximal? Bis wir es geschafft haben. Ja, da sind wir bis morgen noch beschäftigt, Epic. Nein, wir schaffen das. Ich weiß nicht, ob wir das so schaffen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie das enden wird. Wir sind Team Rosa. Okay, das ist süß. Ich bin gespannt. Wir sollten wirklich erstmal das Bett einbauen, würde ich sagen. Mit allen Mitteln und Wegen, was wir haben. Und dann erstmal unsere Sachen. So, ich kaufe jetzt erstmal einfach ein bisschen was, um es einzubauen. Neben uns haben wir Diamanten. Und das graue Team, meine ich. Ja. Und Katja, du kannst, wenn du möchtest, dich schon zu den Diamanten hinbauen. Ach so. Dass wir schnellstmöglich die Schmiede upgraden, dass wir uns sehr viele Feuerbälle kaufen können. Ja, stimmt, ja. Ich habe halt immer Angst, dass wenn wir uns rüberbauen, dass es so ein bisschen halt eine Einladung für die anderen ist, halt mal vorbeizuschauen. Ja, das ist nicht so gut insgesamt. Vor allen Dingen, wir dürfen uns ja nur Feuerbälle holen zum Kämpfen. Das ist richtig doll knifflig insgesamt. Okay, warte mal. Ich versuche... Hier ist auf jeden Fall noch keiner. Ich habe zwei Diamanten. Wie viele Diamanten braucht man, um rüber zu bekommen? Moment. Wir brauchen insgesamt zwei und vier. Also sechs Stück insgesamt wäre perfekt. Okay, ich habe zwei schon mal. Also es ist ganz nice, also unsere Nachbarn von rechts neben den Diamanten, die haben auf jeden Fall mit ihren Nachbarn zu kämpfen. Stimmt, und die anderen auch. Ja, deswegen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, rot. Und da ist Türkis, glaube ich. Also wir sind eigentlich gut in der Mitte. Eigentlich gerade kümmert sich um uns keiner. Das ist echt praktisch. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das heißt, wir können auf jeden Fall in der Zeit das Bett noch richtig so gut einbauen. Ja, ich check das hier mal trotzdem kurz ab. Ja, zwei weitere habe ich schon. Sehr gut, ich upgrade schon einmal. Okay, jetzt kriegen wir schon ein bisschen mehr insgesamt. Ja, guck mal, hier kommen auch wieder welche rein. Dann würde ich sagen, sollten wir uns trotzdem schon mal ein paar vielleicht kaufen. Feuerbälle oder vielleicht Rüstung, ne? Oder erstmal ein Bett. Ich gehe wieder zu den Diamanten. Ja, sehr gut. Ich hole mir jetzt nochmal ein bisschen Holz. Dann habe ich das schon eingebaut. Und dann kann ich mir Glas kaufen. Und dann sind wir schon relativ gut hier eingebaut insgesamt. Ah, wir haben sogar vier jetzt schon. Das heißt, wir können nochmal aufbessern. Die nächste Stufe kannst du dir kaufen insgesamt. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe das noch nie gemacht. Wo finde ich denn das hier? Ah, der Ofen. Achso. Ah, Goldschmiede. Okay, vier Diamanten. Ja, nice, nice. Jetzt bekommen wir noch mehr. Hast du schon mal einen Feuerball geholt? Äh, nein. Ah, sehr gut. Ich habe gleich das Bett komplett eingebaut mit Glas. Ja, Gold können wir auch mal hier lassen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier meinen ersten Feuerball jetzt kaufen. Ich glaube, die kosten 45 oder 42 oder so. 40, 40 Eisen. Okay, ich habe einen schon mal. Hast du die Rüstung schon geholt? Nö. Oh, okay. Aber okay. Also, ich muss sagen, Rot kämpft immer noch mit Grau. Oh Gott. Wir müssen gucken, dass wir nicht runterfallen. Danke. Oh mein Gott, danke schön. Oh, das ist auch richtig so lang. Einen habe ich. Ja, ich habe auch noch einen. Okay. Ah, sehr gut. Wir können uns auf jeden Fall noch Heilung holen insgesamt. Mhm. Oh, Grau wird, glaube ich, gleich abgebaut. Das Bett neben uns da vorne. Na, aber Rot geht da irgendwie. Ich weiß auch nicht so ganz, was da. Moment mal. Es haben ja voll viele schon kein Bett. Türkis hat kein Bett mehr. Oh, das heißt, weiß könnte vielleicht bald zu uns kommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, wir müssen uns unbedingt jetzt ein paar Feuerbälle vielleicht holen. Ich habe einen. Das Bett ist sehr gut eingebaut. Ja, perfekt. Alles mit Glas umbaut. Ich gucke mal ganz kurz, was Weiß macht. Also Weiß könnte jetzt theoretisch. Ja, Weiß ist da. Hä, Moment mal. Weiß ist bei ihrem Bett. Und Gelb kommt. Okay. Ich weiß nicht so ganz, was da los ist. Hast du noch ein paar Diamanten insgesamt? Nö, einen. Zwei Stück liegen hier drin. Ich chilliere gerade. Wir brauchen sechs Stück insgesamt. Hä? Oh mein Gott. Weiß hat komplett das Bett abgebaut. Und da kommt Gelb und geht einfach das Bett abbauen jetzt. Oder nicht? Haben die das abgebaut? Weiß hat kein Bett mehr. Sehr gut. Das war mir ja... Es hat noch grau das Bett und gelb das Bett. Also das hättest du ja sehen müssen. Die haben das einfach abgebaut, um es neu einzubauen mit Holz. Und dann kam einfach Gelb und ist hingegangen und hat es einfach abgebaut. Was ist denn da los? Guck mal, hier sind noch zwei. Okay. Dankeschön, dankeschön. Hast du schon Feuerball? Oh mein Gott. Jetzt habe ich ein weniger. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Das war ein Unfall. Ich weiß, aber das ist trotzdem sehr, sehr traurig. Sechs Stück brauchen wir noch. Oh, noch zwei Stück. Okay, warte mal. Ich gehe kurz nochmal Diamanten holen. Ja, mach das. Okay, ein weißes Team ist weg. Das heißt, Gelb wird jetzt direkt gleich zu uns kommen. Du musst mir, du musst mir unbedingt Gold geben. So, Diamanten habe ich auch genug. Das heißt, wir können wieder upgraden. Schau mal hier, bitteschön. Alles liegt da. Danke. Ja, perfekt. Dann kann ich mir nämlich jetzt mal eine dauerhafte Eisenrüstung gönnen. Okay, wir sind schon auf Level, wir sind schon auf Stufe 3. Ja. Oh, wir kriegen es Maragde jetzt schon. Wenn wir jetzt nochmal... Oh, hab ich mich erschweckt? Da kommt Gelb. Da kommt... Hi, Gelb. Ohne Feuerbände. Ich habe vier Stück. Aber was soll ich machen, ne? Hast du eine Rüstung? Ja, ne? Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt muss ich jetzt... Das ist halt das große Warten, würde ich sagen. Ja, komm ich eher. Oh, was hast du denn dir da gekauft? Also, ich weiß nicht so ganz. Ich habe die Brücke gebaut. Ah, der holt sich jetzt die ganzen Diamanten dann. Ich kann mal rübergehen mit einem Feuerball und den wegschnetzeln. Darf ich ihn mit meiner Hand runterschupseln? Eigentlich darfst du nicht kämpfen, ne? Deswegen... Doch, hallo, hallo, hallo. Oh mein Gott. Okay, der hat mich fast runtergeschubst. Was machst du da, Epic? Nein. Oh, what? Hattest du viele Dings dabei? Nur einen Feuerball. Okay, ich habe noch vier. Guck mal, ich gebe dir auch zwei. Bitte schön. Ja, einen habe ich auch. So und so. Dankeschön, Dankeschön. Oh nee, das kann ja jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt hier wieder anstarren. Das ist nicht... Das ist nicht das Beste, was wir machen könnten. Ich würde aber auch ungern irgendwie meine Feuerbälle verschwenden jetzt, ne? Stimmt, ja. Ich habe eins im Rack. Der bewegt sich nicht an der Stelle. Oh nein. Oh nein. Du kannst dir auf jeden Fall noch ein paar golden Äpfel kaufen, wenn du möchtest. Da musst du aber Wache halten. Also einer muss immer auf ihn gucken. Ich gebe dir welche, ich gebe dir welche. Oh, einer von seinen Freunden wurde weggeschnetzelt. Oh, er kommt. Oh nein, ich habe ihn damit nicht getroffen. Das ist blöd. Äh, danke. Okay, der steht hier von der anderen Seite. Hier. Nein. Ich habe... Oh Mann. Es ist runtergefallen. Oh, sehr gut. Aber ich habe meinen Feuerball dafür verschwendet. Ich gebe das drüber. Ja, genau, genau, genau. Oh, wir haben jetzt auch... Smarag bekommen wir auch, ne? Ja. Habe ich ja ganz vergessen. Oh, 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 oh. Gelb kommt wieder zu... Oh, pass auf, Kasia. Ich versuche ihn wegzuschnetzeln, tatsächlich. Schaffst du das? Oh, das war knapp. Ich schaue mal auf der anderen Seite. Nee, von der anderen Seite kommt keiner. Hab's nicht geschafft. Wir müssen bedenken, dass auch Leute unsichtbar näher sich teleportieren können mit den Enderpearls. Ja, ich, äh, komm wieder zu drück. Ich habe keine Feuerbälle mehr. Wir könnten uns einen Hammer kaufen. Das ist eine sehr gute Idee. So, ich habe... Der kommt, der kommt. Oh, stimmt. Aber ich habe Feuerbälle noch. Ich habe übrigens mir den ganzen Loot von den Nachbarn von uns gegönnt. Erst bei mir, erst bei mir, erst bei mir. Ja, ich hole Feuerbälle. Ich hole Feuerbälle. Einen habe ich. Einen habe ich. Jetzt kommt wieder der Anstarr-Contest. Ja. Hä? Oh, wo geht er denn hin? Nee. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe meinen Pfeffer verdingselt. Oh, oh. Du musstest kurz gucken. Ich kaufe mir noch ein paar neue, ja? Ja, ich mache wieder seinen Anstarr-Contest. Guck mal. Hey, let's be friends. Hier. Kriegst einen goldenen Apfel. Epic, er ist da. Aber ich kann nichts machen. Er hat den goldenen Apfel weggeschickt. Oh, mein Gott. Ja. Oh, sehr gut. Okay. Ich gehe mal kurz rüber zu den Diamanten, weil wir können gleich wieder upgraden. Epic, er hat meinen goldenen Apfel genommen und hat ihn einfach symbolisch weggeschmissen. Hey. Was ist das denn? So, zwei Diamanten habe ich noch. Der dritte kommt jetzt auch gleich. Ja, ich habe zwei Ismaragde. Ich gehe wieder zurück insgesamt. Ich könnte nochmal ganz kurz. Jetzt, komm. Als ob. Ja, nee, lieber wieder Rückzug, würde ich sagen. Okay, also ich glaube, der Gelbe, der hat sich leider so ein bisschen auf uns angefixt. Das ist nicht so gut. Hier ist ein Diamant noch. Ja, danke schön. Ich habe noch zwei Feuerbälle. Sehr gut, sehr gut. Ich komme bitte rüber. Wir können, glaube ich, jetzt die Schmiede nochmal komplett upgraden. Oh, mein Gott. Ich habe mich so erschreckt. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Und ich denke immer, das ist der. So. Hol die Feuerbälle. Der ist da wieder. Der ist wieder da. Ja, ja, ja. Schmiede habe ich gleich geupgradet. Okay, der ist da wieder da. Ich sollte sofort dann... Hab ich geupgradet. Huh, okay. Er wollte sich boosten. Er ist runtergefallen. Perfekt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, dass einfach jemand... Okay, wir sind nur noch zu dritt, ne? Oh. Stimmt. Geht Grau zu uns? Nee, ich glaube, Grau macht eher... Grau spresst mit Gelb. Oder mit Rot. Weiß ich nicht. Okay, Katja. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Enderpearl. Ich glaube, ich will mich zu Grau rüberwerfen. Ja, pass wirklich auf, ne? Die dort bei sich. Ich weiß es nicht gerade. Nee, die sind, glaube ich, da hinten langgegangen. Ich werfe mich mal rüber gerade. Ja. Oh, bitte, 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 bitte. Boah. Ich habe es geschafft. Okay, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Das kriegst du wirklich hin. Die haben zwar einen Alarm wahrscheinlich, aber... Ich bin im Wasser drin. Das dauert Ewigkeiten, ne? Hab ich das Bett abgebaut? Huh? Du hast das Bett noch nicht abgebaut bei mir. Die sind da, die sind da, die sind da. Ich lasse ab. Es klappt nicht. Es backt. Oh mein Gott. Einfach weiter abbauen. Ja. Ja, einfach weiter abbauen. Einfach weiter abbauen. Oh nein. Nein. Das war auch nö. Ich habe es fünf, sechs Mal abgebaut mit meiner Spitzhack. Ja, das ist so nervig, dass es immer so rumbackt. Oh Mann. Jetzt werden die zu uns kommen. Warum hat das denn nicht geklappt? Ich hätte es locker abbauen können. Ja. Ich glaube, du hättest leider einen Block über dich machen sollen. Vielleicht mit dem Wasser. Das war vielleicht nicht so... Ach Mann. Ach Mann. Was? Unser Bett wurde abgebaut von Gelb. Von Gelb. Gelb, tschüss. Oh nein. Oh, oh. Das wird eine enge Sache jetzt hier. Interessant. Ich kann nichts machen. Ich habe nichts gemacht. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Nein, 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 nein. Ich bin weg. Ich bin tot. Ich bin... Nein. Was ist denn da? Los Gelb hat sich da angeschlichen. Der hatte bestimmt einen Trank oder so. Epic. Vielleicht. Oh nein. Also, ich würde aufpassen. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus für uns. Oh nein. Aber wir waren einer der letzten, Epic. Oh nein. Okay. Aber ich muss sagen, wir belegen damit trotzdem Platz 3. Oh, er hat auch geschrieben. Sorry, guys. Okay. Aber schade. Wir hätten auf jeden Fall eigentlich das graue Bett abbauen können. Hat aber gebackt. Okay. Ansonsten haben aber unsere Chancen gar nicht so schlecht gestanden eigentlich. Stimmt. Okay. Wir probieren es nochmal mit Türkis. Wir haben jetzt neben uns, äh, 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 weiß und gelb. Okay. Beim letzten Mal haben wir gelb auf jeden Fall. Bei weiß ist nur einer da. Oh. Echt jetzt? Ja. Wir können uns zu weiß mal rüber bauen vielleicht. Wir sollten erstmal alles einbauen. Ähm. Ich baue mich direkt mal zu weiß, ne? Ja. Das ist sehr gut. Ich habe keine Spitzhacke. Das Bett besser ein. Äh. Vielleicht kannst du nochmal eine Spitzhacke dann holen. Gelb ist schon bei den Diamanten, glaube ich. Äh. Zu uns? Ja. Ja. Gelb kommt zu uns. Gelb kommt zu uns. Oh. Was sollen wir machen? Ich wusste es nicht. Was sollen wir machen? Ich kann mir kein Feuerball leisten. Ja. Ich habe zwölf. Äh. Uh. Ja. Das ist jetzt natürlich. Du hast die denn mit der Hand wegschätzt? Nein. Hier ist Eisen. Ja. Das ist nicht gut. Hier, nimm das Eisen. Da, da, da. Da, 15. Die sind beide da. Ja. So, ich war an. Okay. Du könntest jetzt, wenn du jetzt kreuzt. Uh. Das ist sehr knapp. Okay. Okay. Vielleicht entwerfen, dass beide runterfallen. Oh mein Gott. Ein hab ich. Einer ist besser als keiner, oder? Ja. Oh nein. Das weiße Bett wurde schon zerstört. Okay. Unser Plan ist lückenhaft. Oh gut. Äh. Oh. Sehr gut. Nein. Guck nach links. Epic. Wir werden umzingelt. Weißes Team ist schon weg. Hier, 27 Eisen, falls du dir was kaufen kannst. Ja. Danke, danke. Was sollen wir machen? Die kommen. Oder? Nee, die kommen nicht. Hi Gabe. Ich glaub, Gabe hat keine Blöcke mehr. Hä? Das hab ich dir hingelegt. Ich hab nix. Oh. Ich hab's wieder aufgesammelt. Hier. Bitte schön. Sorry, sorry, sorry. Oh, die steht ja schon bei uns da. Ja, ja, ja. Aber warte, warte, warte. Da kommt noch der zweite und dann könntest du den auch wieder wegschnetzeln. Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wird jetzt schon um einiges schwieriger, muss ich sagen. Ha, ha, ha. Und wir haben auch keine Diamanten in der Nähe. Es ist nicht die beste Map für die Challenge, würde ich sagen. Äh. Guck mal, was du da machen kannst. Ich guck mal, dass ich mir nochmal einkaufen kann. Okay, zehn noch gleich. Oh, okay. Einen. Ja, ich brauch noch sieben Eisen. Fünf. Vier. Danke. Ah, okay. Warte, jetzt noch Steckhaufen. Ja, ja, ja. Steck, 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 steck. Der Spau, der Spau, der Spau. Ja, was soll ich denn überhaupt? Werfen. Nein. Stell mich in den Weg. Oh, ich hab ihn. Oh mein Gott. Wir müssen zubauen. Wir müssen unbedingt zubauen. Ich glaub, wir sollten uns drauf konzentrieren, das Bett so gut wie möglich einzubauen. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn da los? Oh nein, okay, Rosa könnte ein Problem für uns werden, definitiv. Oder gelb kommt wieder. Oh nee. Okay, die haben auch ein Feuerball, Epic. Ja, das ist nicht so gut. Jetzt, 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 jetzt. Oh, nee. Oh. Wo wir das denn schaffen? Das ist so schwierig. Sehr schwierig. 15 Eisen hab ich wieder, dass sie auch direkt gekommen sind. Ist nicht gut für uns. Oh, gleich springen sie, glaub ich, einfach runter. Oh. Ich weiß ja nicht, was wir da machen können. Also, ja. Das sieht nicht so gut aus insgesamt. Vielleicht lassen sie uns ja in Ruhe. Ich stell mich in Ruhe. 38, ja. Ja, 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 stell ich den Weg. Warte, ich, komm mal, ich hab ein Feuerball. Nee, ich hab keine Chance, ich werde weggeschnetzelt. Nee, ich hab auch keine Chance. Renn, renn. Oh nein. Renn nach oben. Wurde es weggeschnetzelt. Warte mal, ich bin hier noch. Oh nein. Das schaffst du vielleicht. Ich hab da gar nichts. Guck mal. Oh. Okay, also der zweite Versuch war jetzt auch nicht so prickelnd. Okay, nochmal als Türkise. Jetzt haben wir schon wieder gelb und weiß. Es ist ja komplett gleich fast. Aber neben uns sind Diamanten. Das ist gut. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich geh mich direkt drüber bauen. Ja, ich baue das Bett direkt ein bisschen ein auf jeden Fall schon. Mhm. 48 habe ich. Ja. Und du kannst Diamanten auf jeden Fall schon holen, dass wir auf jeden Fall die Schmiede wieder upgraden können. Ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe, die Gegner kommen nicht sofort zu uns. Also, dadurch, dass wir Diamanten haben, habe ich schon mal ein besseres Gefühl. Aber, ja. Wenn die so den anderen gehen, hätte ich jetzt auch nichts so dagegen, muss ich sagen. Das stimmt. Okay, ähm, einen habe ich schon mal. Ne, zwei. Der nächste kommt in 20 Sekunden. Das heißt, ich warte ein bisschen. Komme direkt wieder zu dir und wir können direkt erstmal upgraden. Ich glaube, ne, zu uns braucht sich schon mal keiner. Wir haben Gelb hier drüben. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, ich habe schon mal geupgradet. Sehr gut. Dann, wir sollten auf jeden Fall wieder Gold sparen für Rüstung. Und ansonsten einbauen, einbauen, einbauen. So, einmal mit Holz habe ich schon drüber rum. Jetzt brauche ich Glas insgesamt. Ich habe schon 24. Das heißt, ich kann mir gleich meinen ersten Feuerball kaufen. 32, 33. Guck mal ganz kurz, was hier Gelb macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, wir können auch rüber, ne? Aber das ist halt sehr kritisch dann immer, ne? Soll ich mich rüber bauen? Du hast nicht mal eine Spitzhacke, oder? Brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Ich bin Profi. Ich glaube, ich habe nicht genug Blöcke. Ich bin Profi. Hey. Ach ja. Ich baue jetzt Gelb ab. Ich gucke mal ganz kurz, wenn du das machen kannst. Oh mein Gott. Der läuft einfach weg. Epic jetzt. Aber du musst ganz Zeit abbauen. Oh, der ist sogar hier in der Base. Ja, egal. Hä? Ja, easy peasy. Warte, ich komme und vielleicht kommen wir wegschnetzeln. Oh, 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 oh. Oh, ich habe ein bisschen was dabei. Der kommt, der kommt. Ja, ja, warte, 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 warte. Der soll hier rüberkommen. Vielleicht schocken wir das. Ganz zurück. Ja, 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 ja. Geh mal lieber ganz zurück. Okay, ich muss gucken. Und... Tschüss, mein Freund. Hast du ihn? Nein, habe ich ihn nicht. Der ist da oben. Oh nein. Hast du Diamanten noch? Vielleicht kannst du noch Diamanten mitnehmen gerade. Ja, 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 ich nehme hier nochmal zwei, drei mit. Okay, hoffen wir einfach mal, dass Gabe sich jetzt nicht irgendwie von uns ein bisschen, äh, ja, bedroht fühlt. Oh je. Ich sehe Gabe auch gerade gar nicht mehr. Oh, was habe ich gemacht? Ich habe keine Feuerbälle mehr. Die kommen. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Das ist nicht gut. Oh, oh, ich sehe es, ich sehe es. Das hätten wir... Warte, ich kann nicht treffen. Nein, er springt in dem Moment runter, wo ich schieße. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ich habe wieder einen Feuerball, aber das wird eng. Ja, pass auf, pass auf. Erster, erster. Du kannst werfen, du kannst werfen. Sehr gut. Bitte. Nein. Nein. Was sollen wir machen? Wir können nichts machen, wir können nichts machen, wir können nichts machen. Die sind da. Die sind da. Was sollen wir machen? Die sind... Oh, die gehen nach oben, die gehen nach oben. Wir haben... Hier. Das Einzige, was wir machen könnten, uns verstecken, ne? Die bei uns ab, die bei uns ab. Komm, 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 versteck dich, versteck dich hier hinten, hier hinten. Wir können zurückrennen, wo sie herkamen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du musst sneaken, du musst sneaken. Ich sneaker. Achso. Du sneaks nicht bei mir. Finden wir uns, sie finden uns, sie finden uns. Die gehen nach oben, die gehen nach oben. Ja, 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 okay, 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 lass. Er ist hinter uns, er ist hinter uns, er ist hinter uns. Nein. Nein. Oh, das ist so schwierig. Und wir haben es mal wieder nicht geschafft. Also, ich muss sagen, diese Map hätte mal wieder Potenzial gehabt, aber ich glaube, unser erster Versuch war trotzdem noch der beste. Wir haben damit auf jeden Fall die Shell nicht geschafft. Oh, das ist aber auch schwierig ohne jegliches. Und am Anfang hat man ja auch kaum Eisen und alles. Ja, stimmt. Das ist super, super schwer. Vor allen Dingen, die Feuerbälle sind auch so teuer am Anfang. Ja, 40 Eisen. Aber okay, ich meine, beim ersten Mal waren wir die dritten, die drittletzten zumindest. Und da hätten wir sogar fast ein Bett abgebaut. Das stimmt. Ach ja, und Leute, falls ihr natürlich noch weitere Bedwarsch-Challenges habt für uns, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wir gucken mal, ob wir das natürlich dann wieder schaffen. Die, die wir heute versucht haben, haben wir leider nicht geschafft. Nur mit Feuerbällen zu kämpfen und zu gewinnen. Aber vielleicht die nächste, die ihr uns vorschlägt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.